so wir setzen uns mal einen tisch und gucken uns die leute hier an ob es interessant ist sie was interessantes zu sagen haben hier steht wohl ziemlich neben euch mädchen was regt euch so auf habt ihr eine goldader gefunden ich sollte dahin zurückkehren entschuldigt mich dann wenn man viel glück naja ja das war wohl nur sarkasmus ja eine freundin von mir ist von dem völkmalen gefangen genommen worden und ich suche nach dem ordnung was sie gefangen an dem sie gefangen gehalten wird aber dann werdet ihr wenig glück haben freundchen was man so hört kreuzten die aufwand sie wollen sie könnten aus tiefwasser kommen nach nach allem was ihr so wisst um ihnen eine gefangen wird zu den dreißen braucht jemanden der genauso mächtig ist wie die schattenliebe selber denke ich das wäre doch mal eine echte heldentat was meint ihr so guckt euch um ein böses auge aus jeder ecke außer ihr seid mit münzen beladen ja ich sehe es der unmerkliche ausschluss derjenigen die in den reichtum hineingeworfen wurden wir haben einen guten blick alter mann kommt ihr von hier bin als jugendlicher ein zwei mal hier rausgeschmissen worden bevor ich eine mit real ader gefunden also mit real ader gefunden habe jetzt scharvenzen die säcke ständig um mich herum und lieb wollen die ganze zeit mit meiner börse das leben meines neu reichen ist nicht leicht ja ihr schwimmt nicht gerade im geld was mit versucht jetzt mit den versucht jetzt mit den überflieger zu spielen ja jetzt müssen diese typen mich mit respekt behandeln nein aber ich denke dass ich mir ein zimmer leisten kann schön für euch passt auch dass die säcke nicht eure krummen nasen überall reinstecken was meint ihr guckt euch um ja das hatten wir bereits schöne geschickt entschuldigt mich also der hat nichts interessantes zu sagen was ist mit dir wie könnt ihr es wagen euch einer dibütant hinzunähern bettler mein vater sollte ich auspeitschen lassen da die ist aber nett meine zeit ist knapp bemessen also fasst euch kurz also ich also sagt sagte ich zu dem baron eure durchlaucht ihr müsst lernen euch besser im zaum zu halten wirklich ihr seid so tapfer ja die beiden tuteln mit wollen miteinander warum muss diese laden immer von hirnlosen debütantinnen überfüllt sein habt ihr alicia gesehen wer ist alicia alicia ist die tochter des barons palata seht ihr wie sie sich um graf clayland herumschwenzelt ein bisschen nervig oder wie ich weiß nicht wovon ihr sprecht nun gut hinfort ja ich habe sie gesehen ja es ist dumm vor dir auch nur mit diesem high clayland zu sprechen er hat einen riecher für dämliche mädchen er wird ihnen weniger als einer woche genug von ihren ihrer gesellschaft haben und sie mit gebrochenem herzen zurück lassen er hat das gleich mit mir gemacht dieser mann ist ein schwein lass mich jetzt in ruhe ich muss zusehen dass man sein wein mit spülwasser gepanscht wird wie nett meine zeit ist knapp bemessen also fast durch kurz warum legt ihr heute nacht nicht auf dem gut eine pause ein ich könnte euch meine sammlung solistischer statuen zeigen meine eltern würden mit freunden herüberkommen danke graf es gibt überhaupt keinen grund ihre pläne zu unterbrechen warum kommt ihr nicht allein wenn ihr wollt mein herr da die griffe fort ist wärt ihr auf meinem gut höchst willkommen also ja jetzt sagt ja nichts neues mehr gut die haben also nichts zu sagen und ja hier ist auch nichts weiter also es wäre noch die küche hinten gewesen können wir ja da noch ein blick reinwerfen da da finden wir nur die köchen ich habe keine zeitwerte damit im pokney feststellt dass ich von meiner arbeit wegen von meiner arbeit drückt wird er mich feuern also ja die köchen gut also wir können uns jetzt weiter auf der promenade umsehen wir können uns aber auch in die slums verdrücken was wir jedoch festgestellt haben ist dass hier um das um den zirkus herum noch jede menge aufruhr ist vielleicht haben wir da noch jemanden die wir ansprechen können na ja zum einen ist hier die wissenschaftsmesse so wie das aussieht ja das plakat besagt dass das gerät zu dem zweck gebaut wurde unter wasser zu reisen auch wenn es ziemlich sehr auch wenn sich das ziemlich seltsam vorkommt ja frau harald und harald selber und vergas ein elch also ja das hier ist eine ausstellung definitiv ob die beiden was gesehen haben was passiert ist wenn ich können wir noch den jungen fragen und die wache vor dem zirkus warum auch immer eine wache vor dem zirkus steht werden wir erstmal mit ihm was für eine furchtbare enttäuschung nicht wahr meine frau und ich sind den ganzen weg von handelstreff gekommen um diesen zirkus zu sehen und nun können wir irgendwelche problemchen und nicht mal rein ungeheuerlich und die fahrt war so furchtlich holprig und unbequem ich werde die ganze nächste woche kein auge zutun können das war allerdings nicht völlig umsonst da war noch diese schreck diese wirklich effektiv volle zur scharstellung von magie dass diese zauberen vor ihm vor wut an die decke ging das war wirklich sehr erheitert die wissen schon dass das lebensgefährlich ist harald wie könnt ihr so etwas sagen ich hatte panische angst nun was für eine überraschung und das von einer frau die schon einen panikanfall kriegt wenn sie nur ein eichhörnchen sieht werden vom blitz getroffen werden können oder feuer es war grauenvoll ich glaube wirklich nicht dass er auf uns gezielt hat meine liebe wie auch immer ich hatte fürchterliche angst diese armen schwarz gekleideten männer mit denen er gekämpft hat solch fürchterliche grausamkeit und jetzt können wir nichts tun als nach hause zurückzukehren seufzt nun ich freue mich nicht sonderlich darauf die ganze fahrt über mit ihr zusammen eingefärcht zu sein harald nur seine bemerkung und ihr könnt die fahrt allein antreten ja meine liebe es ist mir egal was dazu geführt hat dass er zu uns geschlossen werden musste wir sind von außerhalb gekommen anzuschauen jetzt werden wir nicht ergeben bis die wache uns einlässt beruhigt euch meine liebe die kinder haben schon seit über eine stunde keine lust mehr vielleicht sollten wir nach hause gehen absolut nicht ich will wissen was los ist ich verlange antworten seufzt frauen ich habe das gehört herr wird kein wort mehr also der steht direkt unter dem stiefel gut gucken wir doch mal kurz ins inventory wir haben ja jetzt einen schriftrollen behälter das können wir also auch machen also so viele schriftrollen wie möglich erstmal da einlagern dumm 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 und so wir werden jetzt wahrscheinlich den schriftrollen behälter gnadenlos überfüllen genau die rollen passen nämlich jetzt nicht mehr rein so man kann sie aber allerdings noch die überschüssigen tränke mal nehmen und die zauberstäbe kriegt erstmal joshimo so manchmal ist das maus klicken bei das geht echt so eine sache für sich ja mensch kriegt die zwei schwerter noch und so ist alles okay alle da in der zugang zu diesem zelt ist um eures und um eure eigene sicherheit willen versperrt bürger der zirkus bleibt geschlossen bis sie sagengelegenheit geklärt ist okay ich gehe meinen eigenen weg erstmal dann geht eurer wege bürger was ist mit ihr junge wir sollten unseren aufenthalt so kurz wie möglich gestalten ja ja hier schön dass keine immer noch keine städte mag schnief meine mama ist immer noch drin sie sagen dass sie nicht nach draußen kommen kann wovon sprecht ihr kind hört auf zu weinen ich habe nichts damit zu tun ich werde sehen was ich tun kann kleiner wovon sprecht ihr meine mama ging in das zelt um sich eine aufhöhung anzuschauen aber irgendwann etwas ist passiert und jetzt kommt niemand heraus und außerdem sind da wächter die niemand mehr herein lassen aber meine mama ist da drin ich will meine mama warum bist du dann hier draußen und sie da drin hat sie dich nicht mitnehmen wollen ich werde mal schauen ob ich eure mutter finden kann in ordnung beruhigt euch nur und seid tapfer das ist ein hartes schlag kind wirklich schlimm nehmen wir mal die 1 in ordnung werte dame wir müssen diesem kind helfen ich werde den finden der ihm die mutter wegnahm und ihm ein zwei sachen über anstand respekt und darüber beibringen dass man die fehler vom von eltern lässt minsk man muss minsk lieben ok wir haben einen neuen tagebuch eintrag gekriegt also abgeschlossene sind nichts neues ja also er hilft dem von erenikos gefangenen triaden das ist immer noch offen die wurde des jungen am zirkus zelt ein kleiner junge wandert einsam verloren außen um das zirkus zelt herum seine mutter ist offensichtlich im zirkus zelt gefangen ich will sehen ob ich sie dort finden kann ja da müssen wir doch hier rein da wieder zurück was wollt ihr eigentlich hier dieses zelt ist geschlossen zur eigenen sicherheit erzählt mir was ich hier zugetragen hat wir wissen es nicht genau es ging alles seinen normalen gang bis eine vorstellung auf den frühen morgen vorverlegt wurde während der vorstellung lief offenkundig alles nach plan doch da muss etwas geschehen sein niemand der die vorstellung besucht hat ist wieder aus dem zelt herausgekommen und die die wir zur untersuchung hinterher geschickt haben ebenfalls nicht jetzt zweifellos perfide magie im spiel wir warten auf die ankunft erfüllten magier die werden es schon richten mit sicherheit überhaupt niemand ist wieder herausgekommen ich kann selbst etwas tun vielleicht könnte ich diesen fall für euch lösen ich verstehe ich bin schon so gut wie weg überhaupt niemand ist herausgekommen nun man sagt einer der dompteure sei nach beginn der vorstellung aus dem zelt heraus gestürzt aber bisher ist er wie vom erdboden verschluckt ich könnte selbst etwas tun vielleicht kann ich eure problem lösen also von mir aus ich würde euch nicht daran hindern wenn ihr euren eigenen hals riskieren wollt bürger ich habe euch gewarnt das ist kein risiko nicht so lange wir schwert und tapferkeit besitzen und die hohen werte der gutartigkeit zu um die hohen werte der gutartigkeit zu verteidigen stimmt's bohr wir sollten vorsichtig sein talisa man weiß nicht was da drin vorgeht wenn die stadtwache nicht damit fertig werden sollte sei auf schlimmsten gefasst sag ich immer also ja die stadtwache ist zur seite getreten wir sind alle gut ausgerüstet wir zaubern und so weiter magier zauber haben wir keine ach ja noch zwei worte die ich an euch richten kann bevor wir jetzt in das zirkuszeit reingehen erstens was das zaubern angeht wir können hier ganz normal priester zauber anwenden da spricht überhaupt nichts dagegen wenn ich irgendeinen priester zauber anwende wie koordinierte verteidigung oder leichte wunden heilen mache ich einfach mal es gilt gilt nur für akkade zauber also mag christler zauber da kann die magiergilde nichts dagegen sagen weil die sich nicht mit den oberhäupten der ansässigen kirchen also im kirchenviertel verscherzen will das ist aber auch etwas was man nicht so leichter nicht so leicht heraus wird außer man benutzt es und merkt dass nichts passiert wenn man jetzt halt magie zauber benutzer kommt erstmalig irgendein kunden mensch beim ersten mal und warnt einen noch ab dem zweiten mal wird man dann angegriffen vor den kutis also ja hier ist der tempelbezirk wir müssten also über die brücke und in den tempelbezirk gut das war das erste das zweite was ich noch nicht erwähnt habe jetzt schon so in der dritten aufnahme session ich habe das unfinished business paket mit installiert das heißt wir werden hier quest bekommen die ich selber gar nicht so kenne weil ich an fisch business die benutzt habe also falls es mal irgendwie ein bisschen holperig und so wird und ja bevor wir jetzt in das zirkuszelt gehen und ich habe schon wieder zu viel gelabert speicher ich einen neuen spielstand lp 003 und dann hoffe ich dass das jetzt einigermaßen ging mit dem geflacker in den dialogen wenn ich muss ich weiter um probieren bis ich eine lösung gefunden habe also bis zur nächsten aufnahme session